hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal ich begrüße recht herzlich zu energy 20 zu der fantasy league der ebl mit den hellrider aus tirol ja ich hoffe euch geht's euch gut jetzt seid ihr gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile zeit gehabt und noch einen sieg am letzten spieltag versuchen wir heute auswärts unser glück im wunderschönen villach am wörtersee gegen den vsv schauen ob es uns gelingen wird wir sind im schwierigkeitsgrad pro mit einer dritte länge von drei minuten wollte gerade noch mal so dazusagen ich werde schauen die wir haben ja nicht mehr viele spieltage in der hauptsaison ob sie jetzt das noch mal bringt umstellen auf allstars bei die play-offs mecher die schon ganz gern die vorrunde mit mit pro spülen und dann wäre ich mal so eine kurze pause gönnen und dann werden wir gleich mit der season 2 durch starten unser maxi ist im tor unser center hb am bulli verliert das auswärts bulli gegen die vielacher das zöger stroffe gegen vielach war tor auf dem weg zum book gaucho auf das das mit heute schnellen kufen hier wird die verzögerungsstoffe gegen vielach durchgesetzt so raffi am bulli gewinnt das pulle der meister schießt erleben auf rock rock auf krucke krucke wird bedrängt aber geht auf angriff auf das ziel hier sehen wir einen kamereta vom maestro aus topstorger da ist er schon so rock tor vorbei gegen die vielacher stein holt sie die scheibe auf picot auf rock das wäre es vielleicht gewesen unser scharf schütze mir bleibt bei uns deswegen mit jawohl gemeint jawohl 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 nein funktioniert nicht 15 30 nur auf der uhr zum spülen und der maestro hat wieder der maestro hoden wieder schießt auf hb aber der hb wird ausgedockt deckelt kautschu und unser christian stein macht das 1 zu 0 auswärts für die hellriders fünftes tor in dieser season fünftes tor in der rechei b euch nationalism dass die צ jetzt sie k Das ist der Wolf. Und Wolf macht es 2 zu 0 gegen Villach. Das ist der 40. Spieltag. Wie es wisst, am 4. Spieltag sage ich Ihnen, mit wem es dann heuer das NHL 21 Projekt die reguläre Saison gibt mit der EBL. Ich wollte es nur mehr für dir sagen, die wo es hier treue Zuschauer sind. Mit wem, dass ich dann die reguläre Saison bis in die Playoffs spiele. Ich habe beschlossen, ich werde dieses Projekt auf NHL 20 belassen. Wenn wir jetzt in der nächsten Zeit und vor zur dann umbauen. Aber wenn ich jedes Jahr da umbauen muss, dann habe ich da einen Haufen Zeit, wo es drauf geht. Außer es ist dann wirklich so gewaltig, dass wir mehr machen, bei der 21er, dass ich dann sage, dass ich das ganze Projekt umwechse. Aber zwei Mannschaften sind im Moment, was ich bauen müsste mit Hallen und um allen drühen. So, Raffi! Ich weiß noch nicht, dass die offizielle Saison heuer bei der EBL startet. Also ich weiß, dass die deutsche Season mit anscheinend Anfang November startet. Wegen Corona. Wenn jemand was vorhin weiß, dass die EBL startet. Ich habe jetzt noch nichts gelesen auf Facebook. Vielleicht habe ich es auch überlesen. Manche Leute posten auch immer unwichtige Sachen, so wie ich bin fertig. Warum auch immer. Das ist das Posten. Oh, ich bin auf dem zweiten Platz bei den Top 10 Toren. Mit meinem Charakter. Dann Ende des ersten Drittels. Zeitpunkt der Aufnahme ist der 12. Juli. Um 8 Uhr früh. Nur falls das jemand interessiert. Ich nehme jetzt genau zwei Videos auf. Vielleicht nehme ich auch drei auf. Je nachdem wie viel Zeit das ich habe. Und dann werde ich das schöne Wetter nutzen. Und ein Orchenschifahren. In die Grimau hinter. Noch nicht weiter. Und dann aber auch, wie viele historians machen dasCS��. Du musst dich aufnehmen. Ting блины, eine Z ETN mit Ihnen aus. Aber um 50 So. Das ist, wie soll man jetzt sehen, dass Villach sich das nicht gefallen lässt, dass wir da der Erste, einer den 8. Platz streitig machen wollen, weil Villach möchte nämlich den 8. Platz verlassen und wir wollen aber auf dem 1. Platz bleiben, das passt auch nicht ganz gut, dass Villach kämpft. Oh, vorbei am Tor, vorbei am Tor. Oh, das taugt man. Villach voll im Angriff. Oh, das ist das. Auch nicht. Geschafft von Brandy. So, Konzentration vor dem Tor. Ich glaube, dass das letzte Drittel zart wird. Ich glaube, dass das letzte Drittel zart wird. Weil ich glaube, die Villacher drehen noch mal im letzten Drittel voll auf. Michi wohl. Auf Pico. Pico. Oh, nein. Der erste gegen den 8. Der erste gegen den 8. Wird Villach jetzt so viel kämpfen, dass uns im Bedrängnis bringt. Der erste gegen den 2-0-Punkte-Vorsprung. Oder werden die Hellriders nach Tirol die 3 Punkte mitnehmen? Das ist mir schon versprechen. In der nächsten Season wäre die Moncho Hellriders. Für unsere Nummer 19, für unseren Kapitän vom HP Wolf. Zweites Tor am heutigen Abend. 19 Tore. Passt zur Trikotnummer in dieser Season. 1. 3 Minuten 30 Sekunden. Deswegen, wenn einer vorhin sagt, HP, ich will auch bei die Hellriders mitspielen mit der Trikotnummer, dann bitte schreibt mir ein paar Informationen unten in die Comments rein, dann mache ich den Spieler für die nächste Saison, der was dann bei die Hellriders mitspielt. Das Problem habe ich, ich habe nämlich genauso viele Spieler gemacht, wie ich eine kreative Mannschaft brauche, das ist Machen Kuh, ich habe nämlich nicht einmal einen Reservespieler, wenn etwas wäre und das ist nämlich ein bisschen blöd, deswegen habe ich ein paar Spieler mehr machen müssen. Es war 12.30 Uhr noch auf der Uhr. Es war 12.30 Uhr. Ein Tor noch bis zum Hattrick von unserem Kapitän vom HP, wohl 19 Tore in dieser Saison, keine schlechte Bilanz für meinen Charakter. Ich habe kein System, mit wem, dass ich Tore schiere, wer bei mir zum Beispiel Top Stalker wäre. So wie jetzt, ich versuche es halt, wenn jetzt dann mein Charakter nochmal aufs Eis kommt, dass ich mit meinem Charakter nochmal ein Tor schiere, oder so wie jetzt zufällig mit dem Brandy passt, dann schafft man mit dem Brandy das Tor. Achtes Tor in dieser Saison von unserem Viking, von Brandy. Okay. 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 Kai. Heutze. Geht nicht. Wolfram. Bedickt. bleibt natürlich auch uns da halten in unserer Mannschaft, weil es ein Wunsch war vor einem Abonnenten, dass er zu uns kommt. Genauso wenn es diesen Wunsch hat, wer zu die Hellriders kommen sollte in der nächsten Season, schreibt es mir bitte den Verein dazu, Rückennummer wenn es geht und natürlich Name. Geht halt nur Leute, die halt auch in der Ebel drin sind. Außer die Jungs von Sonoy, weil die warten momentan, wer rausfliegt. Und hier, zweites Tor von Brandy an diesem Abend. Und wenn einer sie auskennt, wenn man es im Pro ein bisschen schwerer einstellt, dann sollten wir bitte auch in die Kommentare schreiben. Aber ich finde es gut, dass Neuling in der Season gestartet. Und Tabellenführer, dann schauen wir mal, wie es uns, wie es uns im, im Ding geht, in die Playoffs dann geht. Schafft er gerade einen Shootout, gell, unser Max. Aber sei es den Villachern vergönnt. Ich glaube, der Max war schon in der Siegesfeier mit dem Kopf, deswegen hat er es versammelt. Nein, Torwart wird es nächstes Jahr auch geben. Äh, nächstes Season auch geben. Ein Torwart aus Russland, selbst zusammengestellt von mir natürlich, äh, selbst zusammengestellt. Und somit gewinnen die Hellriders hier im wunderschönen Villach, nehmen drei Punkte mit ins wunderschöne Tiroler Unterland. So, zwei Stars Hummer. Okay, was gut. Zwei Stars Hummer. Vier Tore, ein Assist. Auch wunderbar. Ich bin ja hier auch gespannt. Die DEL ist geil mit der Tabelle. Hier ist es genauso richtig geil zum Spiel mit Down-Tier-Projekten, die Fantasy-Projekte. Wenn einer sagt, nein, zu neu, tu eine andere Mannschaft da rein, die müssen nicht Punkte gleich sein. Und da ist man gleich, wenn du sagst, hey, keine Ahnung, ich sage jetzt mal zum Beispiel, Bern oder Zug aus der Schweizer Liga. Tue die in der dritten Liga rein und tue die, die was geben müssen, sind so weg. Und nachher haben wir zwei Mannschaften, die draußen sind von Österreich, die was dann gegeneinander kämpfen können. Und virtuell, dass sie reinkämmend, äh, war zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Und sonst kommen halt so neue wieder zurück. So habe ich mir gedacht, wenn ich eine dritte Season mache, es kommt auf Eng drauf, ob es eine dritte Season ist oder ein Serien willst. Und wenn es überhaupt eine zweite Season von mir sehen willst, da mit dem Fantasy-Projekt, das weiß ich auch nicht. Aber ich versuche ja mal eine zweite zu machen, sofern es mir zeitlich möglich ist. Na gut, soviel jetzt dazu. Die Hellriders auf Platz 1 mit 72 Punkten. Head to Head mit dem Rekordmeister aus Klagenfurt. Das ist richtig geil. Head to Head mit dem Rekordmeister. Der Newcomer gegen den Rekordmeister hier um die Tabellenführung. Das finde ich so richtig saumäßig geil. Und das war von mir nicht geplant. Beide mit 72 Spieltage. Wir haben jetzt der Spieltag 38. Wir haben nur zwei Spieltage bis Seasonende. Es kann noch sein, dass sich die zwei Plätze verändern. Dann auf der 3 und somit auch qualifiziert. Die ersten drei Plätze für die Playoffs sind die Wiener Capitals auf der 4 mit 60 Punkten. Ein Punkt Unterschied sind die Linzer Blackwings wieder mit einem Punkt Unterschied. Ich vermute meiner Meinung nach, zwischen Platz 3, 4 und 5 wird es noch definitiv einen Wechsel geben in den nächsten zwei Spieltagen. Weil mit einem Punkt Unterschied der Kuh nur was passieren. Und das finde ich so richtig geil. Dann geht es weiter. Auf der 6 sind die Steirer Burschen. Die Grazer mit 55 Punkten. Genauso mit 55 Punkten. Auf der 7 sind meine Freunde aus Südtirol, die Bootsner Füchsen. Gruß geht aussehen in Südenanenck, meine Freunde. Mit 55 Punkten. Mit 55 Punkten. Hier auf 6 und 7 wird es garantiert auch noch einen Wechsel geben. Das habe ich so irgendwie im Gespür. Dann geht es weiter. Auf der 8 bleibt Villach mit 52 Punkten. Und dann kommt auf der 9 der AV19. Dann auf der 10 sind die Haie aus Innsbruck. Auch immer so mit einem 2-Punkte-Abstand. Dann mit wieder einem 2-Punkte-Abstand die Bulldogs aus Thornbirn. Auf dem letzten Platz. Ich glaube, meine lieben Sportsfreunde, auch hier auf 8 bis 11 wird es auch noch mal einen Wechsel geben. Es sind immer nur 2 Punkte Unterschiede. Zum Beispiel wenn Innsbruck 2 mal gewinnt, sind das 2 mal 3 Punkte, 6 Punkte dazu. Und der AV19 und der VSV verlieren, die Villacher. Dann ist Innsbruck schon wieder weiter vorne. Wäre möglich. Wäre theoretisch möglich. Die Bulldogs könnten sie vielleicht auf dem 2. Platz, auf dem letzten Platz nochmal wegschießen. Wenn sie die 2 mal noch jünger könnten. Aber es kann alles anders kommen. Wir wissen es nicht. Aber geil. Die Tabelle gefällt mir. Die war nicht so geplant von mir. Aber sie gefällt mir trotzdem. Na gut, meine lieben Sportsfreunde. Das war es für diese Folge. Ich hoffe. Für die Folge. Für diesen Spieltag. Ich hoffe. Der Spieltag hat euch gefallen. Würde mich über den Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch. Wer Lust und Laune hat. Der kann mich gerne abonnieren. Und die Glocken aktivieren. So, dass auch nichts mehr neu ist. Verpasst von mir. Würde mich auch freuen, wenn es bei meinen anderen Projekten. Die wird eh eingeladen. Das FSK 18. Und das Noran rein. Oder bei der Fantasy League. Der DEL. Last of Us Videos. Können wir dann, wenn ich Zeit habe. So kurz, spontan einmal ein Video aufzunehmen. Da müsst ihr mir halt verzeihen. Ich weiß. Ich habe es jetzt in zwei Tagesrhythmus ein paar Folgen rausgekaut. Immer mal schauen, wann ich das nächste Mal Zeit habe. Wie gesagt. Wenn es schönes Wetter ist, nutze ich das Wetter aus. Aber bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Einen schönen Abend. Einen wunderschönen guten Morgen. Lieber Sportsfreund. Liebe Sportsfreundin. Je nachdem wann, dass du dir hier dieses Video schaust. Vergesst mein Leitspruch nicht. In den Farm getrennt. In der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund. Eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus. Und wir plan dell Tedang.